Die Mischung von Code und Content ist ja schon seit langer Zeit verpönt. Deswegen hat das ASP.NET Webforms fast auf die Spitze getrieben. Durch das Code-Behind-Modell gab es also eine, ja, im Wesentlichen HTML-Datei. Dazu eine Code-Datei und aus der Code-Datei heraus wurden dann in der HTML-Datei Platzhalte mit Werten gefüllt. So prinzipiell das Modell. Auf den ersten Blick sieht es so aus, als würden wir in ASP.NET MVC einen Schritt zurückgehen. Denn ja, wir können Logik einbauen in unsere Views, in unsere HTML-Dateien. Aber das ist gar nicht so schlimm, denn die Logik, die wir einbauen, ist reine Anzeigelogik. Also ich gebe hier an dieser Stelle diesen Wert aus. Ich iteriere hier über eine Liste von Werten und für jeden einzelnen Wert gebe ich das folgende Markup aus. Solche Sachen. Das kann man machen und beim Anlegen des Projektes wurden wir ja gefragt, welche Ansichts-Engine wir verwenden möchten. Also auf gut Deutsch, welche Art von Technologie, Programmiersprache sozusagen, wir in unseren Views verwenden möchten. Jetzt ist es so, dass wir tatsächlich auf ASP.X setzen können. Können also klassisch mit Webforms arbeiten. Das ist dann so, wie wenn man Inline-Code hatte in ASP.X-Seiten. Das heißt, Spitze, Klammer, Prozent und dann der Code. Es gibt aber für Microsoft etwas Neues. Das wurde also eingeführt für ASP.NET MVC, parallel auch für Webmatrix der Entwicklungsumgebung. Webpages heißt das Ganze und dazu gibt es eine neue, sehr, sehr spartanische und dadurch wirklich gut nutzbare Syntax. Diese Syntax heißt Razer und die wollen wir uns an einigen Beispielen anschauen. Wir haben ja bereits einen Controller und dazu auch eine View, eine Indexseite. Und diese Indexseite wollen wir vielleicht etwas Besseres erzeugen als auch nur Hallo Welt. Und zwar ist ja bei jeder Syntax die Frage, wenn wir sie im HTML-Kontext verwenden, wie baue ich Code ein? Denn die Technologie muss ja wissen, was ist jetzt Code und was ist Markup? Denn Markup wird eins zu eins an den Browser geschickt. Wir bekommen hier schon so einen kleinen Hinweis. Wir haben ja hier im Rahmen der Vorlage so einen merkwürdigen Block. Und dieser Block, der beinhaltet gegebenenfalls Code und in der Tat durch diesen Klammeraffen leiten wir Code ein. Der Klammeraffe ist also das wichtigste Zeichen, wenn wir auf Basis dieser Anzeigetechnologie arbeiten und damit können wir Code an verschiedenen Stellen einbauen. Dieser Klammeraffe hat auch mehrere Funktionen, nicht nur allein Code-Einbau, sondern beispielsweise auch Code-Eingabe, gegebenenfalls sogar ein Kommentar. Probieren wir da einige Dinge mal aus und wir werden dann, wenn wir eine Datenbank anbinden, entsprechend auch noch weitere Möglichkeiten und Anwendungsfälle kennenlernen. Der klassische Fall ist tatsächlich Klammeraffe, dann eine geschweifte Klammer. Alles innerhalb der geschweiften Klammer ist dann Code. Ich kann also beispielsweise Variablen anlegen. Also zum Beispiel war i gleich 1. Kann natürlich auch mit Datentypen arbeiten, aber das ist ganz normaler C-Sharp-Code, der sich hier drin befindet und da wird natürlich dann der Datentyp automatische Mittel. Also können wir wieder mit Hallo Welt zum Beispiel arbeiten. Wir hätten jetzt ein String und eine Zahl. Die Frage ist nur, wie geben wir das aus? Naja, eine Ausgabemöglichkeit ist einfach zu sagen, Klammeraffe, denn das ist ja schon ein Sonderzeichen, das wir haben. Dann zum Beispiel i. Damit geben wir die Variable i aus. oder auch Klammeraffe und dann S. Das heißt, wir würden jetzt hier die 1 ausgeben. Hier würden wir Hallo Welt ausgeben. Dazwischen ist ein Umbruch, der zählt ja in HTML wie ein Leerzeichen. Das heißt, wir erwarten dazwischen ein bisschen Platz, aber jetzt nicht unbedingt automatisch einen Umbruch. Schauen wir es uns im Google Chrome an. Ist ja die Standard-Index-View im Home-Controller. Würde also so oder so automatisch geladen werden. Da wir es gerade offen hatten, kommt das direkt so. Und tatsächlich 1 und Hallo Welt werfen wir einen Blick in den Seitenquelltext. Und in der Tat haben wir hier den eigentlichen Inhalt der Seite. Das ist etwas, was Visual Studio noch einbaut zum Vereinfachen des Debuggens. Aber interessant ist natürlich das hier. Also dort, wo at i stand, wurde der Wert von i, also 1 ausgegeben. Dort, wo at s stand, wurde der Wert von s, also Hallo Welt ausgegeben. Also alles wie geplant. Und das ist durchaus praktisch, weil wir dadurch eine sehr, sehr einfache Syntax haben, um an bestimmten Stellen einfach Werte auszugeben. Und genauso wird die Arbeitsteilung ja sein. Wir bekommen irgendwie Modelldaten übermittelt, also aus dem Model, vielleicht aus der Datenbank irgendwelche Werte. Und die wollen wir einfach ausgeben, vielleicht auch ein bisschen hierzu programmieren. Und deswegen, Klammeraffe plus geschweifte Klammer ist einfach ein Codeblock, kann an einer beliebigen Stelle stehen. Und dann geben wir das einfach aus. Und das lässt sich auch trefflich mit HTML mischen. Das heißt, wenn jetzt alles sein eigener Absatz sein soll, dann umgeben wir das einfach mit einem entsprechenden Absatz. Und das wäre es dann eigentlich auch schon gewesen. Da wir mit C-Sharp programmieren, haben wir natürlich auch Zugriff auf Kontrollstrukturen, also beispielsweise IF-Anweisungen oder Schleifen. Machen wir mal eine ganz klassische Schleife. Also, vor war i gleich 0, i kleiner 10, i plus plus. Ja, das ist jetzt die Vorschleife. Und innerhalb der Vorschleife mache ich irgendwas. Weiß noch nicht was. Und ja, es ist irgendwie schwierig. Ich würde ja gerne jetzt zum Beispiel die Variable i ausgeben. Wie gebe ich die Variable i aus? Ich könnte hier natürlich den Codeblock beenden. Und dann könnte ich hier die Variable i ausgeben. Und dann müsste ich hier noch einen neuen Codeblock anfangen. Und in diesem neuen Codeblock würde ich dann die geschweifte Klammer schließen. Sie sehen schon, Visual Studio sträubt sich mit aller Macht. Aber wie geben wir denn dann tatsächlich Code aus innerhalb von einer Schleife? Gibt es sowas wie Response Write? Nun, es ist noch ein bisschen einfacher. Und zwar, wenn Sie sich vielleicht erinnern, als Sie das erste Mal in einer Webtechnologie gelernt haben. Oder vielleicht allgemein Programmierung gelernt haben. Dann war ja das Konzept zwischen Textausgabe und Programmiersyntax vielleicht ziemlich kompliziert. Also vor allem in Webtechnologien sieht man das häufig. Wenn man HTML und eben eine Webtechnologie mischt und die Programmiersprache dann zusammen mit dem HTML sich vermischt. Und dann man ja immer wissen muss, bin ich jetzt gerade im Code? Das heißt, kann ich da nicht einfach HTML ausgeben? Oder bin ich im HTML und muss dann Code speziell einleiten? Eben zum Beispiel wie hier durch den Klammeraffen? Nun, eigentlich könnte das doch der Compiler selber rausfinden. Und deswegen tatsächlich funktioniert Folgendes. Ich erzeuge ein HTML-Element. Sie sehen auch automatisch, es wird beendet. Gibt es auch hier keine Fehlermeldung. Denn die spitze Klammer, vor allem am Beginn einer Anweisung, ist sicherlich kein C-Sharp-Code. Das ist HTML-Markup. Und der Compiler ist so klug und weiß, naja, HTML-Markup, das ist dann einfach eine Textausgabe. Das heißt, ich kann hier irgendwas ausgeben. Zum Beispiel den Wert der Variablen i. Und ich nenne sie vielleicht statt i mal j, dann kollidiert das nicht mit unserem Code. Ja, das heißt, ich iteriere jetzt von 0 bis 9. Und bei jedem Durchlauf gebe ich den aktuellen Wert dieser Variable aus. Einfach, indem ich hier Markup verwende. Und der Compiler dann weiß, gut, spitze Klammern, Element wird auch wieder geschlossen. Das heißt, das ist eine Textausgabe. Das ist so eine Art von Anweisung, gibt das jetzt aus. Das ist so eine Art von Response Write. Im Browser aufgerufen, ergibt das dann eine Liste von 10 Zahlen, von 0 bis 9. Und natürlich noch die Ausgaben von vorher. Schauen wir in den Quellcode. Dann sehen wir auch tatsächlich, die einzelnen P-Elemente wurden so ausgegeben. Also auch hier von der Syntax her sehr, sehr große Erleichterung. Und natürlich auch damit sehr bequemes Feature. Jetzt ist es natürlich so, dass Sie einen dieser Seiteneffekte, den wir gerade gesehen haben, nicht wollen. Nämlich, dass alles in einem eigenen Absatz steht. Sie wollen vielleicht, dass die Werte nebeneinander stehen. Das können Sie sich natürlich behelfen, indem Sie statt P einfach Span verwenden. Sie sehen auch hier wieder, wird automatisch angepasst. Und dann haben Sie ein Flusselement und eben kein Block-Element aus HTML. Vielleicht wollen Sie kein Span-Element, weil dadurch Ihre CSS-Regeln nicht mehr funktionieren. Jetzt gibt es hier zwei Auswege. Zum einen können Sie einfach ein Element nehmen, das es nicht gibt. Zum Beispiel ABCDEF. ABCDEF ist ein HTML-Tag, das es nicht gibt. Gibt es nicht, aber die Logik sagt natürlich trotzdem, das ist ein Tag. Das heißt, alles, was zwischen Öffnen und Schließenden Tag steht, wird irgendeine Form von Ausgabe sein. Das heißt, wenn wir uns das Ganze jetzt im Browser ansehen, dann sehen wir die Nummern nebeneinander. Quellcode verrät warum. Wir haben immer dieses Tag, das der Browser nicht kennt, somit ignoriert. Und nach jedem Auftreten des Tags kommt ein Umbruch und ein paar Leerzeichen. Und das zählt in HTML als eben ein Leerzeichen. Deswegen stehen die Elemente hier so direkt nebeneinander. Das geht nur, validiert dann natürlich Ihre Seite nicht mehr, eben weil es dieses Element nicht gibt. Auch hierfür gibt es einen Ausweg in Razer. Und zwar gibt es das Tag Text. Sie sehen, ach, das ist jetzt gelb markiert. Okay, Visual Studio selber sagt, ja, dieses Text-Element, also kenne ich eigentlich nicht, gibt es nicht in HTML. Schauen wir in den Google Chrome. Die Ausgabe ist zunächst wie gewohnt. Das heißt, die Zahlen stehen nebeneinander. Was ist im Quelltext? Und das ist jetzt die Überraschung. Hier stehen nur die Zahlen. Das heißt, dieser sozusagen virtuelle Tag, Text, den es nicht gibt, ist für Razer und damit eben auch für ASP.NET MVC ein Hinweis, dass hier einfach Text ausgegeben werden soll innerhalb eines Code-Blocks. Dieses Text-Tag selber wird dann nicht an den Browser geschickt, nur der Inhalt. Und das ist dann auch eine sehr, sehr bequeme Möglichkeit, entsprechend Code auszugeben und eins der weiteren Razer-Features. Sie sehen, dass wirklich versucht wurde, die Sonderzeichen der Syntax zu reduzieren. Es gibt eigentlich nur den Klammeraffen, die geschweiften Klammern und ja, jetzt vielleicht noch die Spitzenklammern, wenn Sie so wollen. Und damit lässt sich schon fast komplett die Programmierung durchziehen. Und nur so ist es auch möglich, innerhalb von einem Code-Block komplexes Markup auszugeben. Sofern es sich natürlich dann eben jeweils um Tags handelt, die auch wieder abgeschlossen werden. Sofern ist es auch möglich, wenn Sie so wollen.